Bei Neo Ragazzi war es in der aktuellen Folge für Sophie Passmann und Tommy Schmidt alles andere als einfach, ihre Gäste auseinanderzuhalten. Das lag jedoch nicht daran, dass das Moderations-Duo zu tief ins Glas geschaut hätte, sondern an der Auswahl der Promis, die in dieser Folge mit dabei waren. Denn diesmal saßen neben Sophie und Tommy nur Zwillinge im Studio. Die Sänger Heiko und Roman Lochmann waren gemeinsam mit den Moderatoren Dennis und Benni Wolter. So wie Nina und Julia Meise zu Gast, die man vor allem als Zwillinge aus der Werbung eines Pharmaunternehmens kennt. Letztere verwechselte Tommy schon relativ zu Beginn prompt mit den TikTok-Stars Lisa und Lena, die erst kürzlich bekannt gaben, nun nicht mehr zusammen, sondern getrennt an neuen Projekten arbeiten zu wollen. Sophie und Tommy entlockten ihren Gästen im Laufe der Sendung auch immer wieder private Geständnisse. Und dann äußerte sich Sophie plötzlich klar zu einer möglichen Teilnahme an einer RTL-Erfolgssendung. Sie machte der Show große Vorwürfe. Neo Ragazzi Sophie Passmann hat Angst vor Let's Dance. Schon ganz zu Beginn der Sendung ging es um das Thema TV-Shows. Der Grund war eine Einstiegsfrage, die die Redaktion sich ausgedacht hatte. Die Gäste sollten erklären, in welcher Reality-TV-Show sie mitmachen würden. Nachdem bei Dennis Are You The One hoch im Kurs steht. Fällt Tommy ein? Heiko und Roman haben bereits in einer TV-Show mitgemacht. 2018 waren sie Kandidaten bei Let's Dance. Das ist hohes Niveau, das ist wirklich hart, erinnerte Heiko sich. Eines ist ihm dabei offensichtlich besonders deutlich im Gedächtnis geblieben. Die Kandidat-Innen seien plötzlich so fit nach ein paar Wochen oder Monaten. Wenn die da tanzen, das hätte ich auch nicht gedacht. Daraufhin erklärte Sophie prompt, warum das Format nichts für sie wäre. Ich hätte Angst. Bei Let's Dance mitzumachen und nicht fütter zu werden, sagte die Autorin ganz offen. Sie hätte das Gefühl, die Leute zu enttäuschen, wenn das nicht der Fall sei, fuhr Sophie fort. Und es gibt für sie noch einen anderen Grund, warum die Tanzshow nicht in Frage kommt. Sie sagte, ich habe das Gefühl, das ist das einzige Format im deutschen Fernsehen, wo es okay ist, Promis noch so ein bisschen positiv zu bodyschamen. Was genau sie damit meint, erklärte sie im Anschluss. Wenn man sagt, ach, irgendwie knackig geworden, wo ich mir denke, ach, den Satz habe ich auch schon lange nicht mehr gehört. Tatsächlich werden Let's Dance Teilnehmer innen regelmäßig gefragt, wie viel Gewicht sie während der Sendung verloren haben. Knossi etwa erklärte im Interview mit Watson, dass er in 2,5 Monaten Let's Dance 12 Kilo abgenommen habe. Im Verlauf der Show betonen die Promis dann auch häufig, dass sie durch das harte Training viel fitter geworden sind. Für Sophie ist die Fixierung auf körperliche Fitness und Gewichtsabnahme in der Show offensichtlich ein absolutes No-Go. Tommy Schmidt mit hartem Urteil. Komplett unwürdig. Ganz am Ende der Folge kam es dann noch zu einem kuriosen Moment. Wie nach jeder Sendung trafen Tommy und Sophie sich noch einmal, um über ihre Gäste zu reflektieren. Sophie kam zu dem Schluss, dass sie vor allem Benny und Dennis faszinierend fand. Tommy will gerade seine Sicht auf die beiden schildern, als Sophie beim Trinken ihre Flasche schwenkt, woraufhin sich der ganze Inhalt über den Boden und ihre Kleidung verteilt. Tommy und Sophie bekamen daraufhin beide einen Lachanfall. Komplett unwürdig, kommentiert er die Situation, während beide über das Missgeschick lachen. Ich dachte, ich bin edgy, weil ich Bier in den Wein kippe und du kippst dir das über den Kopf, stellt Tommy trocken fest. In der folgenden Sendung sind Alicia Ava, Wilson Gonzalez Ochsenknecht, Frauke Ludowig und Atze Schröder zu Gast.